Frohes Neues! Wir melden uns natürlich wieder zurück mit dem Karrieremodus in FIFA 17 mit der 1.0 Frankfurt und wir gehen in die dritte Saison rein und dann mal gucken, was uns erwartet. Wir sind hier schon im Menü, wir sind schon in der kompletten neuen Saison. Wir sehen hier auch unser Transferbudget, was 15 Millionen beinhaltet. Ist nicht gerade viel, aber irgendwas, was man damit machen kann. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erst mal das allererste machen und zwar möchte ich mir Valero zurückholen. Ich weiß jetzt nicht, ob der in meiner Liste ist oder nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ne, der ist nicht in meiner Liste, dann müssen wir ihn jetzt einfach so separat suchen. Und da sehen wir ihn schon. Jesus Valero, der aktuell noch verliehen ist, also können wir noch nichts machen mit ihm, was schade ist. Aber wir gehen erst mal weiter nach vorne. Und zwar nur ein Tag, weil wir jetzt hier ein paar neue Nachrichten bekommen. Und zwar die Spieler mit dem Vertrag, den ich in der Winterpause mit denen unterzeichnet habe, sind jetzt da. Also Stefan Bell und Jethro Willems und Valero möchte ich schon gerne ein Angebot machen. 10 Millionen versuchen wir einfach mal. Wer weiß, vielleicht nimmt ihr das ja an oder nimm die das eher gesagt an. Das weiß keiner. Dann gehen wir schon mal hier ins Training rein und wählen unsere Youngstars hier aus. Und zwar einmal ihn hier. Hoche, wie würde ich jetzt Hoche Lorenzo sagen, ich weiß nicht wieso. Hoche Asensio oder Asensio, wie auch immer. Dem werde ich zwei Sachen geben, einfach weil er von der Ausdauer her nicht so gut ist. 56 Ausdauer ist nicht das, was ich so von ihm erwarte. Dann gehen wir unseren Flügelspieler hier an und zwar Kazun. Den nehmen wir dann noch mit rein. Ebenfalls die Ausdauer. Und dann wollte ich noch unseren anderen Flügelspieler nehmen. Hier, Jakobs wollte ich nehmen. Der braucht zum Beispiel jetzt nicht die Ausdauer, weil der hat schon 61. Das ist okay, aber ich nehme glaube ich trotzdem das. Und als letzten Spieler nehmen wir dann, ich denke mal, Böhm und seinen Innenverteidiger mit 1,90. Ich denke mal, da werden wir definitiv ihn mal ein bisschen hochtrainieren auf eine 60, glaube ich. Ja, das sollte gehen. Dann simulieren wir. Die erste Folge wird sich jetzt mit dem Freundschafts-Trainier ein bisschen befassen. Dann noch um die Transfers, die ich machen möchte. Ich habe ein paar Vorschläge bekommen von euch. Moment, Valero kann ich ein Angebot machen. Habe ich komplett vergessen. Gehen wir doch mal hier rein. Suchen unseren allseits beliebten Spanier hier. Und der wurde schon von uns kontaktiert. Ich habe natürlich das schon wieder verpeilt, aber ich habe für zentrales Mittelfeld eine Position bekommen. Genau, habe ich Vorschläge bekommen. Und zumindest ich habe einen interessanten Mann vorgeschlagen bekommen. Und zwar finde ich... Ruben Neves finde ich interessant. Ist noch... Müsste 1,20 sein. Kann auf jeden Fall die Position, die ich haben möchte. Ich möchte mal gern in... In Portugal sowieso mal scouten. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen was umstellen. Und zwar nehme ich den niederländischen Scout hier weg. Beziehungsweise den belgischen, der in der Niederlande war. Den nehme ich jetzt hier weg und packe den nach Portugal. Damit ich da mal ein bisschen scouten kann. Weil das ist wichtig. Dann gehen wir weiter nach vorne. Jetzt müsst ihr gleich das... Ja, hier ist es. Einladung zum Turnier. Na, kennt man schon. Nehmen wir an, weil wir brauchen Geld. Und dann würde ich sagen, wir spielen... Hm. Sollen wir safe gehen? Oder sollen wir nicht safe gehen? Ich würde dann... Weil ich ganz genau weiß, dass Radetzky weg ist und Wilms weg ist, würde ich dann schon sagen... Wir sollten... Etwas leichteres nehmen. Da bin ich eher auf der Seite. Da wir, glaube ich, diese Gruppe-Phase hier nicht überstehen würden, wenn ich das simuliere. Das muss man schon realistischer sehen. Ich denke, hier in dieser Gruppe könnten wir weiterkommen. Hier wird schwer. Ja, wir nehmen einfach mal das hier. Denkt, das ist okay. Ich spiele direkt mal gegen, äh... Luis de Favre. Nachricht vom Vorstand ist mir relativ egal. Wir... Ist der Scout schon da? Ist der schon unterwegs? Was sagt der Scout denn? Inaktiv-Tage. Wir wollen 12,5 Millionen haben die... Ähm... Leute aus Madrid. Dann geben wir denen mal 11,5. Das ist noch eine Million unter Marktwert. Das sollte... Also unter dem, was sie wollen, eher gesagt. Nicht unter Marktwert. Da bin ich ja mal gespannt, was da so als Antwort kommt. Äh... Angebot für Radetzky. Äh... Nein. Der Mann ist wichtig für uns. Den werde ich erstmal nicht verkaufen. Auch wenn wir dafür Geld machen könnten, um meinen jüngeren Torwart zu kriegen. Ich möchte ihn noch behalten. Dann, äh... Scout-Berichte. Real Madrid akzeptiert 11,5 Millionen. Und jetzt möchte ich... Äh... Gebe ich ihm jetzt schon mehr, weil ich da schon ein bisschen Ahnung hab. Und er ist wichtig für die erste Mannschaft. Vier Jahre, denke ich, ist okay. Und damit sollte er zu uns kommen. So, Sascha Lang fragt nach Einsatz. Ein bisschen rotieren möchte er. Und, äh... Hörguter möchte er ausspielen. Dann haben wir Yusuf Pausen gescoutet. Das wollte ich einfach mal machen, weil ich irgendwie finde, dass er echt kranke Werte hat. Ist mir so aufgefallen. Dann sehe ich hier einen neuen Zip M. Warum nicht? Könnte man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann haben wir einen neuen Innenverteidiger auf dieser Liste hier. Relativ viele neue Spieler sind hier drin. Er ist interessant. Und... Dann, glaube ich, ist bis jetzt der Rest alles normal. Den... Standard, den wir halt auch schon kennen. Okay, gut, dass er nicht auf meiner Liste ist. Er ist echt schlecht. So, dann haben wir das schon mal hinter uns. Äh, Timo Werner habe ich vergessen. Schwalbenkönig, würde ich sagen. Ist, äh, relativ schnell. Genauso wie Pausen. Und, ich wollte, äh... Ach, gibt's glaube ich auch noch. Die Barmer von, äh, 1860. Gehen wir mal weiter. Beziehungsweise, wir haben jetzt hier das Spiel vor uns. Ich, äh... Mach immer nebenbei die Aufstellung. Magrota wollte spielen. Dann wollte Sascha Lang spielen. Dann spiele ich hier links mit, äh, Giacinovic. Im Torsten und Becker, weil wir sonst keine Alternative dazu haben. Dann nehme ich Konaté mit. Und ich denke, das sollte in Ordnung sein. Dann simulieren wir das erste Spiel gegen Nizza. Gegen Balotellis, äh... Fünferkette. Und spielen 1-1. Ohne Balotelli. Haha, lol. Und, äh, gut, hat ein Tor gemacht und, äh, gleich mal Gelb-Rot kassiert. Und, ich glaube, Sascha Lang hat sich verletzt. Wird vier Monate ausfallen, das ist bitter. Aber ist nicht gerade unser wichtigster Spieler, was das angeht. Danke für die Chance. Dumm, dass du dich verletzt hast. Ähm, ey, Trainer, vielen Dank für ihr offenes Ohr. Kein Problem, hab ich gern gemacht. Vier Monate mit Kreuzbockers. Alter, das ist heftig. Das sollte man auf jeden Fall überlegen. Aber ich glaube, wir haben gute Alternativen, was das angeht. In unserer Jugend selbst. Push mir die doch mal wieder hoch. Ascenio, oder Ascencio, wie auch immer, verbessert sich auf eine 67. Und rückt dadurch immer näher an, äh, unsere... Was heißt Startelf heran? Auf jeden Fall an unsere Reservebank heran. Ich denke mal, wenn ich ihn hochziehen würde, dann wird er auf jeden Fall einige Male spielen. So, Herr Guter ist gesperrt. Dann spielt Kona C. Dann haben wir hier... Äh, Hella wird spielen. Dann spielen wir links mit Grey. Ganz vorne, also was heißt der ganz vorne? Z-O-M spielen mit, äh, Stendera. Dann hier mit Mascarell. Innenverteidigung mit, äh... Bell und Zorber. Dann haben wir hier noch... Ach komm, die lassen wir so. Und, äh, dann gehen wir einfach ins Spiel gegen Turin. Das ist jetzt mir einfach automatisch. Das ist mir relativ egal, wer da spielt. Wen sie da mit reinnehmen. Gegen Turin, äh, was machen wir so? 2-2. Haben damit zwei Punkte geholt. Und das wird eng mit dem Weiterkommen. Denn wir sind nur Dritter und müssten gegen Espanol Barcelona gewinnen. Aber wir haben, äh, Vallejo. Der akzeptiert. Perfekt. So wollte ich das. Dann haben wir 4 Millionen in den Kass noch. Mit dem wir Renzo-Württemberg schon etwas machen könnten. Haben einen Top-Spieler verpflichtet. Aber, ich hab eine Sache komplett vergessen. Und zwar möchte ich noch gerne Spieler verkaufen. Und zwar Hector ist da runterbeteiligt. Der wollte ja sowieso eigentlich gehen. Und ich bin noch nicht wirklich von ihm überzeugt. Also kann er von meiner Seite aus gehen. Dann haben wir... Einen Tavata, mit dem ich nicht ganz genau weiß, was ich mit dem Anfang soll. Wenn wir hier zwei Stamm-Elf-Verdächtige LVs haben. Ich denke, Tavata könnte von mir aus auch gehen. Denn mit seinen 26 Jahren. Ich meine, Uchibka ist die ältere Variante. Aber er ist halt auch schon deutlich besser als Tavata. Ich möchte dann schon, äh, auch mit ihm planen. Aber nicht mit Tavata. Deswegen würde ich sagen, ah, guck mal, der Vertrag läuft von ihm sowieso aus. Dann können wir ihn auch verkaufen, würde ich sagen. Äh, Rechtsverteidiger. Da bin ich noch mal überlegen, ob ich dann eine jüngere Alternative hole. Beziehungsweise, was heißt, jüngere Alternative. Ich möchte irgendwie Regerset ersetzen. Da lasse ich aber erstmal genau so, wie es jetzt gerade ist. Einen Sturm brauche ich niemanden. Ich würde, äh, gerne Aua verleihen. Für ein Jahr. Dann würde ich mal hier reingucken. Ich würde eigentlich auch lang verleihen. Das Problem ist einfach jetzt nur, dass er verletzt ist. Einen Bäcker behalten wir. Und Muniaki vielleicht verleihen wir ihn auch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Abwarten. Machen wir weiter. Manchester City holt sich Yannick Carrasco. Krass. Starke Nummer auf jeden Fall. So, ähm, wir haben Valejo. Dann wird er auch gleich mal mit der Bälle spielen. Heißt prinzipiell unsere Stamm-Hin-Verteidigung. Dann haben wir rechts, äh, heute mal Gachino-Wildsch am Start. Der wirkt auf links. Und sonst bleibt genau alles, wie es ist. Ich kann auch von mir aus mal hier einen Jakobs mitnehmen für Hella. Und ich denke, das, äh, reicht dann auch. So, dann simulieren wir auch das letzte Guckenspiel. Und in der Hoffnung, dass wir das gewinnen. Und in der Hoffnung, dass wir da an Zurgien oder Nizza vorbeikommen. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen, weil es ein bisschen spannend ist, so. Äh, äh, aktuell passiert nichts. Udinese führt, das ist die andere Gruppe. Nicht wichtig für uns oder so. Am besten gewinnt einer von den anderen beiden. Wir liegen hinten. Dugicic. Stendera macht einen Elfer rein und sieht gelb danach. Hat er wahrscheinlich sein Trikot ausgezogen oder so. Nizza führt. Komm, ein Tor noch, Jungs, bitte. Bitte. Alles klar, wir sind, äh, leider ausgeschieden. Das ist scheiße, weil kriegen wir jetzt Preisgeld oder kriegen wir kein Preisgeld? Doch, zwei Millionen kriegen wir dazu. Dann werbel ich meine Rolle im Verein. Ich hab das nicht unterschrieben, bla, ich weiß schon. Diverse Versprechungen wurden nicht gehalten. So, das war's dann mit dem Vorbereitungsturnier. Nicht so gut gelaufen wie in der letzten Saison. Wo wir da richtig, äh, weit gekommen sind. Kasun verbessert sich auf eine 66. Ja, aber das, äh, Vorbereitungsturnier ist halt einfach nur ein Vorbereitungsturnier. Und, ich mein, wir haben uns dann zwei Torhüter spielen lassen. Ich mein, das heißt einiges. So, ansonsten, gehen wir einfach weiter nach vorne, in der, beziehungsweise wir gucken einfach mal nach, weil, normalerweise müsste jetzt unser Scout in Portugal angekommen sein. Heißt eigentlich, wir könnten ihn mal scouten, auch wenn er in Deutschland ist. Und, ich wollte Neves scouten. Und halt die ganzen anderen, äh, Portugiesen, beziehungsweise die, die in Portugal spielen halt. Da haben wir noch Zivkovic. Und, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, ich glaube, in Koop fand ich den nicht so gut. Und, er ist doch auch, ja genau, da wollte ich auch mal scouten. So. Und, ja, ihn kann man von mir aus auch scouten. Ich glaube, ich muss bald einer wieder anfangen, die anderen zu scouten, weil, das Ganze nur ein Jahr geht, dummerweise. Ich glaube aber, das war's, oder? Kann ich ihn scouten? Nee, kann ich nicht, aber ich kann mir die Werte angucken. Ist nicht schlecht. Und, das war's, alles klar. Ja, dann gucken wir mal, was, äh, die Scouts dazu sagen. Die simulieren einfach noch ein bisschen weiter nach vorne. Die Jugend-Scouts sind fertig. Gucken wir nochmal da rein. Und, äh, sehen erstmal auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten Blick halt auch nicht. Dann ist, äh, der Franzose weg. Dann guck mal hier mal rein. Da fällt mir jetzt auf dem ersten Blick auch nichts auf. Doch, er hier. Aber, ich glaube, den würde ich nicht mitnehmen. Oder, ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig. Sollte ich den mitnehmen? Soll ich ihn nicht mitnehmen? Anne Klaes. Ja, na, ich weiß nicht. Eher nicht. Und dann haben wir noch, äh, den Mann aus Deutschlands. Der hat, ich glaube, niemanden gefunden. Dumm. Aber, was wir jetzt dagegen machen. So, Jansen. Dortmund möchte Jansen verpflichten. Alles klar. Athenia ist weg. Boateng. Irgendein anderer Boateng zu Schalke. Ist interessant. So, hier haben wir zwei Angebote für Sefielgutsch und für Hector. Ich werde Sefielgutsch ablehnen, auch wenn. Naja, ich werde es nicht, ich werde es ablehnen. Und Stuttgart werde ich auch ablehnen, weil ich der Meinung bin, dass ich ihn nicht in die Liga, oder halt in der Koppagrenz so ein bisschen verkaufen möchte. Deswegen gehe ich das ab. In der Hoffnung, da kommt noch was Besseres. Dann haben wir noch, äh, das haben wir noch ein bisschen zu Ende gescoutet. Marian Lasogga ist auf einer 59. Ist aber relativ schnell dafür, dass er ZM ist. Und er hat eine 63. Ist nicht gerade schlecht, aber hat eine gute Stärke für sein Alter. Eine gute Sprungkraft, eine recht hohe Aggressivität. Da fehlt es noch so ein bisschen an fairen Zweikämpfen, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal weiter. Denn wir haben noch einen ganzen Monat ohne Spiel vor uns. Denn erst nach dem Deadline Day wird dann die Liga starten. Gegen Mainz, auswärts. Kennen wir aus der letzten Saison her schon. Äh, Böhm verbessert sich auf eine 55. Bayer gewinnt Rennen um Fernando. Alles klar. Wir haben einen Scouts, äh, Bericht hier von, äh, Bericht von Königsmann. Ja, ist ordentlich, aber wäre nichts für uns, würde ich sagen. Dann trainieren wir wieder mal. Und da verbessert sich niemand. Schade drum, aber ist ja da so. Wir gehen nochmal weiter und haben ein Transferangebot für Mascarell von AS Rom. Ich, äh, lehne wieder ab, weil Mascarell ist auch ein wichtiger Bestandteil für uns. Und dann gehen wir weiter. Ich warte eigentlich nur auf die Scout-Berichte. Ciano Vieto ist, äh, zu Dortmund gegangen. Ja, die Jugend ist halt auch interessant, wie man sich das so anguckt. Und ich muss relativ sagen, oder leider eher sagen, ich hab echt sehr langsam als, äh, Außenspieler so noch. Ich weiß nicht, was passiert, aber die aktuell sind doch relativ langsam. Was ich schon ein bisschen, äh, komisch finde. Ja, er ist schnell, aber das Problem ist erst nicht gut. Ja, ist eigentlich ordentlich. Mal gucken, was so in der Jugend geht. Da bin ich auch mal gespannt. Wir haben ja so ein paar Aufgaben bekommen von dem Vorstand. Paul-André Helland, 74. Muss ich mir nicht weiter angucken, denn ungefähr so ähnliches... Ja, allerdings haben wir auch. Hui Patricio wechselt zu Hamburg. Alles klar. Ich glaube, die haben wieder Geld von Kühnen Arsch besteckt bekommen, oder so. Böhm verbessert sich auf eine 57. Ansonsten keine Veränderungen. Dann, äh, gehen wir einfach weiter nach vorne. Transferangebot für Tavata. Und Guter möchte über sein Gehalt sprechen. Bochum, zweitligist. Von mir aus. Aber ich hätte gern schon seinen Marktwert. Also gehe ich erst mal auf 1,7 hoch. Fächtigen wir das ja an. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich meine, Bochum müsste so das Geld dafür haben. Denke ich mal. Dann, Verträge. Denn der gute Hürguter möchte sowieso seinen Vertrag verlängern, oder? Möchte er das? Naja, eigentlich nicht. Aber er möchte mehr Geld haben, halt logischerweise. Aber ob er Rotationsspieler ist? Ja, okay. Sagen wir einfach mal wichtiger Stammspieler. Wir lügen die einfach mal an. Ich denke, das ist okay, weil er spielt sowieso Meisterzeit in der Bundesliga. Dann gehen wir auch weiter nach vorne, haben Scout-Berichte unende von den ganzen Leuten aus der Portugiesischen Liga. 10,5 Minuten für Neves. Hat sehr, 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 sehr ausgeglichen, würde ich sagen, von den Werten her. Also alle, die ich hier auf meiner Liste habe, sind relativ teuer. Ich glaube, das ist erst mal nicht möglich. Er hat großes Potenzial als Rechtsverteidiger, würde ich sagen. Dann haben wir noch hier einen Torwart. Der ist, äh... Oh. Andresinho, hey! Oh, der läuft aus. Gucken wir uns den mal doch mal an. Ich finde, das sieht sehr interessant aus. Dann haben wir noch... Ja, okay, ich denke, das ist alles zu teuer, leider. So viel Geld haben wir leider überhaupt nicht. Wir könnten reinzüglich mal anfragen, was das so geht, aber ich denke, das wird nicht machbar sein. Aua wird es erst mal für ein Jahr verliehen. 16 Jahre alt, 62er Gesamtstärke. Mal gucken, was das so bringt. Dann, äh... Gucken wir mal nach. Na... Ich find's... Ich finde, er ist mir zu teuer, tatsächlich. Ich, äh... Werde ihn wahrscheinlich auf normalem Wege nicht bekommen. Wenn dann. Weil wir... Allein schon, weil es da um steht, 12 bis 13,7 Millionen. Wir haben gerade mal die Hälfte davon. Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Deswegen lassen wir noch einfach mal das komplett sein. Wir simulieren weiter nach vorne. Bochum möchte doch nicht so viel investieren und gibt nur 1,6 Millionen ab. Aber ich denke, die haben schon 1,7 irgendwie noch in der Hand. Das hoffe ich zumindest. Wäre schön. Wenn nicht, äh... Nimm ich das gerne an, das Angebot. Äh... Wegen meines neuen Vertrages. Was möchtest du? Ich habe mich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Und dann weiter zu ziehen. Alles klar. Also ist er bis zur... Bis Ende nächster Saison ist er noch dann bei uns. Ist okay. Kann nicht mehr leben. Da kann sich noch sehr, sehr viel ändern. Wir screenieren dann noch einmal. Haben aber keine Verbesserung hier. Außer halt von den Werten her so ein bisschen. Dann, äh... Gehen wir wieder weiter nach vorne. Bochum lehnt sich schon wieder ab. Also akzeptiere ich das einfach. Ich denke, das ist okay. Dann haben wir 1,6 Millionen Gewinn gemacht. Was das angeht. Tabata ist dann weg. Kelifi möchte... Beziehungsweise Toulouse möchte Kelifi haben. Da werde ich nicht drauf einsteigen. Denn ich brauche ihn nicht. Dann gucken wir hier mal rein. Krass, der HSV hat mit einer der Top-Transfers getätigt. Bis jetzt. Interessant. So, wo könnten wir uns denn noch verbessern? Ich glaube, ich stelle erst mal so auf, wie ich jetzt in der Saison spielen würde. Da haben wir Seferovic. Dann würde ich links Willems aufstellen. Und Tor logischerweise Radetzky. Dann haben wir das auch hinter uns. Ich habe einen relativ großen Kader mittlerweile. Das ist schön und gut. Finde ich nice. Ich denke, ihn kann man auch verleihen, wenn ich ehrlich bin. Mit 16 Jahren ist er noch relativ jung. Da kann auch viel passieren. So an sich ist der Kader nicht schlecht. Würde ich jetzt behaupten. Es gab nur zwei kleine Veränderungen. Ich denke, die sind auch schon relativ groß so an sich. Weil ich finde, der Kader ist jetzt besser als in der letzten Saison schon. Alleine wegen der Innenverteidigung. Wir stehen besser da als vorher. Können auf jeden Fall da auf etwas zurückgreifen. Wenn nicht, haben wir noch in der Jugend den Böhm. Den könnte man dann hochziehen rein theoretisch. Wenn irgendwer verletzt sein sollte oder so. Spieler verkauft. Tavata ist weg. Wir kriegen 1,1 Millionen nochmal dazu. In unser Traffizierbudget haben wir dann 7 Millionen damit. Damit könnte man rein theoretisch noch was machen. Ich überlege auch noch. Ich werde auf jeden Fall nicht die komplette Transferphase durchskippen. Der Erfolg ist auf jeden Fall jetzt schon lang genug. Ich denke mal, das reicht jetzt auch so langsam als Folge. Deswegen. Ich wollte schon gerne noch ein bisschen weitermachen. Weil da gleich die ganzen Auslosungen hinkommen. Gegen wen wir spielen zum Beispiel. Hertha BSC Berlin. Ist ja nicht so, dass die schon Abraham gekauft haben von uns. Nein, danke. Ich nehme das gerne ab. Der hat sich aber nochmal verbessert. Sprich mehr Marktwert für uns. Also mehr Geld für uns insgesamt. Leine ich ab. Gehen wir weiter nach vorne. Gleich müsste dann auch schon das kommen, worauf ich warte. Was mein Wecker betrifft. Gute Arbeit. Was? Bitte. Moment. Warte mal. Äh. Sehr geehrte Arena. Mit ihrer Hilfe konnte der Verein eines seiner diesjährigen Markenpräsenzziele erreichen. Und dafür möchten wir Ihnen danken. Wir hatten uns die langfristige Erhöhung unserer Dauerkartenanzahl über drei Saisons und mindestens zehn zur Aufgabe gesetzt. Zehn Prozent oder so. Keine Ahnung. Und ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Machen Sie weiter so der Vorstand. Alles klar. Was meinen Weckgang betrifft. Guten Morgen Trainer. Ich habe langsam Zweifel, ob ich den Verein verlassen soll. Ich sage nicht, dass ich bleiben werde. Bin aber, bin mir aber nicht mehr so sicher wie zuvor, als wir über meinen Wechsel sprachen. So, dann haben wir noch ein Angebot für Hector von Schalke. Warum, weil, ach komm, weißt du, wisst ihr was? Ich biete einfach mal, oder möchte gern 5,5 Millionen haben. Ich denke, Schalke hat das Geld. Schalke sollte auch einen guten Hilfverteiger gebrauchen. Ähm. Ich denke, das sollte okay sein. Wenn die das annehmen, bin ich echt glücklich. Gehen wir nochmal hier ins Training rein. Dann gucken wir unsere Platzierung an und das wird eine echt erste lange Folge. Böhm verbessert sich, Jakobs verbessert sich und Ascensio verbessert sich. 960, ich denke, den Jungen kann man schon bald hochholen. In die erste Mannschaft, da bin ich schon gespannt. Gehen wir nochmal einen nach vorne. Schalke hat es überdacht und würde es akzeptieren. Bye bye Hector. Viel Spaß in Schalke. Hast ein nettes Stadion, obwohl uns das besser ist, aber gut. Lassen wir das mal dastehen. Gaston Müller. 67, ist nicht schlecht. Andere sind nun mit 68. Äh, 78, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Auch nicht schlecht. Vielleicht ist es präzisum von 29. Läuft bei hier. Ist noch jung, da kann noch was passieren. Aber ich gucke mir sowieso generell alles erst im Winter an. Meins hat gefühlt nichts verändert in der Ausstellung. An dem Kader oder so. Wir motivieren uns einfach mal. Ich meine, das Derby zu Saisonbeginn kennen wir. Wir haben... Wo haben wir das Geld her? Wir haben auf einmal 13 Millionen her. Achso, weil wir... Ah, weil wir Hector so verkauft haben und wir kriegen ja sowieso weniger. Alles klar. Gut zu wissen. Nachricht kam jetzt erst. Frankfurt, Hannover hat sich verändert. Dann... Spieler verkauft. Wir kriegen 4 Millionen dazu. Wir haben jetzt 11 Millionen her. Also, richtig. Alles klar. Gut zu wissen. Das heißt, ihr könnt jetzt noch in die Kommentare schreiben, was wir so... Also, eure Vorschläge. Ich gucke mir die definitiv an und vielleicht kriegen wir es noch hin, irgendwas zu verpflichten. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den... Ne, Moment. Wir gucken uns nicht den Kalender an. Das wäre jetzt zu lang... Wäre ja zu schnell. Gehen wir in die Tabelle rein. Gucken... Erstmal in die Zähne rein, weil es da spannend da ist. Barcelona gewinnt. So, Gruppen stehen. Ihr könnt ja irgendwie stoppen, wenn euch irgendwas Interessantes auffällt. Wir spielen schon mal nicht gegen Manu und gegen Olympique Lyon. Das ist schon mal schlecht. Und das ist auch schlecht. Kriegen wir einen Hammerlos mit Barcelona? Das wäre jetzt echt krank. Ne, wir kriegen Juve, Atletico, Madrid und Dundijk. Ich denke... Mit etwas Glück könnten wir Juve schlagen. Aber wer weiß. Dundijk, glaube ich, könnte man auf jeden Fall schlagen. Atletico wird schwer. Ah, das ist eine böse Gruppe, würde ich sagen. Da hätte mir die Leverkusen-Gruppe eher gefallen, als die Gruppe, die wir jetzt haben. Aber okay, kann ich mitnehmen. Ich spiele mal eben gegen Juve und gegen Atletico. Bayern kriegt Manchester City. Sprich, Pep Guardiola kommt wieder zurück nach Bayern. Villarreal und Praga ist dabei. Tottenham. Boah. Ist auch einfach. Oha, Alter. Inter kriegt zu Barcelona. Krass. Und jetzt in der EL nochmal reingucken, weil da ist Hannover vertreten. Die kriegen Lazio, Romes, Sonnettier und Malmö. Dann Arsenal ist in der Euroleague. Krass. Gucken wir nochmal weiter. Dann sehen wir hier Liverpool. Was auch immer die da unten machen in der EL. Keine Ahnung. Wolfsburg kriegt krass noch da. Wolfsburg wollte ich es gerade sagen. Wolfsburg kriegt krass noch da. Und Basel und Wien. Also Rapid Wien. Und Mainz ist dabei, weil DFB-Pokal. PSW, Guimarisch und Salzburg. Ist auch machbar, würde ich sagen. Und dann müsste es auch gewesen sein. So, aber wir haben noch eine Sache, die wir regeln müssen. Und zwar der DFB-Pokal. Wir spielen gegen Ingolstadt. Warum immer Ingolstadt? Ach, keine Ahnung. Wir gucken mal hier drüber. Vielleicht finden wir eine interessante Partie. Und ja, wir sehen hier was. Schalke trifft auf den BVB. Ein Derby. Geil. Finde ich immer nice. Sonst ist. Dann ansonsten ist, glaube ich, kein Derby mehr dabei, wenn ich das richtig sehe. Kansas Lauter Mainz ist ein Derby. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob Karlsruhe gegen Heidenheim im Derby ist. Ist aber auf jeden Fall da in der Nähe irgendwo. Beides. Und ich denke, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir werden uns erstmal, Moment, ich werde mir erstmal hier nochmal was zurechtgreifen. Und zwar, laut EA werden wir Zwölfter unserer Saisonprognose. Schlüsselspieler ist Jethro Willems. Und man für die Zukunft ist Zauber. Alles klar, gut zu wissen. Jedenfalls war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut dort rein. Und tschüss.